willkommen freunde hallo 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 am klo am heißesten kanal ich habe hier schon mal ein bisschen essen vorbereitet und dann kann man hier den keller rausnehmen schmeckt nicht so gut aber ist hier mit liebe zubereitet daneben ist das rechtes klo mit 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 klo rollen da kann man direkt also von der vom topf in die schüssel also ist wirklich jetzt mal näschen nehmen soll ich dann ja öffne ruhig öffne ruhig ja da sind wir mal also aber ganz schön ansteht was sie gehört zusammenbleiben das ist ja die bäume im weg sein müssen dann genau wir müssen den weg entlang genau am besten untersuchen wir den den stall und vielleicht finden wir ein bisschen provianz ich denke mal dass der stall eine falle ist ach dann bin ich schon drin das war gut der jockey der ist immer ekelhaft frances wo ist denn der frances hat doch gar nichts was charger da steht noch einer ist fertig bitte was soll denn hier die können wir sicher brauchen ja das können wir immer gebrauchen schön 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 tatsächlich ach nichts so ihr seid alle oben dann gehe ich auch mal hoch wir sind hier noch gekommen auch da da kann man schön runter schießen wir sind aber auch also drehe ich mal bei gelegenheit um wo kommen wir alle her das ist doch nicht ach wir dürfen echt nicht zu lange hier verweilen wir müssen echt weiter rennen weil sonst kommen sie aus allen ecken ja dann gehen wir runter ja dann gehen wir runter rennen wir mal dem fahrtier entlang da wo bist du wo bist du hier 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 taschenlampen aus ich habe sie ich habe sie warte mal ich werfe ein cocktail wo kann man jetzt werfen alt warte mal warte mal ich bin ja warte mal ich war das mal ich habe doch jetzt den blöden cocktail genommen wo ist er denn ich bin schon da warte mal ich bin schon da warte mal jetzt hier jetzt habe ich jetzt habe ich jetzt habe ich hier in position siehst du hast du ja jetzt habe ich auch den blöden cocktail wieder wo ist er denn Achtung irgendwo da unten Gnade ich mach mal schön warm Gnade Gnade gnd ich bin ich bin ins Feuer muss aufpassen unten brennt es Gnade 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 Ach so, im Grunde Kotze... Kotze... Kotzefreak. Oh, ich glaube, ich hab die Bitch aufgesteckt. Hilfe! Auf jeden Fall haben wir jetzt eine... Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wieso, du, 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 du hast... Komm, ich hab... Warte! Der Dings will nicht verarzten, bleibt aber stehen. Ich seh's, ich seh's. Habt ihr denn was da drin gefunden? Da haben wir jetzt nur die Bitch, also da war es im Endeffekt die Bitch drin. Ich muss mich verarzten! Und, ja, die haben wir jetzt soweit wirklich. So, ja, dann nehmen wir wieder mal die Füße in die Hände, also die Hände in die Füße. Beides, also ein Fuß auf die Schulter und ich weiß Bescheid. Achtung, warte mal, ich schmeiß das, wenn man das schmeißen kann. Elegant! So, komm ich hier hoch? Nö. Ach, hier sind wir wieder 1000 Leute. Leck fett. Ah, wir dürfen nicht so lange stehen bleiben. Ja. Ja. Jetzt renn wir da einfach mal gerade aus. Oh, sorry. Alter, 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 alter. Wo bist du denn? Es ist schade, dass man hier nicht wirklich weiß, wo man lang muss. Sonst, ich breche mal eben aus und renn mal hier nach vorne. Ja, warte mal. Du bist jetzt? Ich bin am Laster. Okay, ich komm wieder zurück, weil da hinten... Oh wei! Jetzt macht das Auto auch noch klang klang. Wir sollten... hier nicht stehen bleiben. Wir sollten hier auf keinen Fall stehen bleiben. Weiter, 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 weiter. Ja. Ja, meine Güte. Alter. Okay, okay, ich konnte jetzt gar nicht reden vor lauter Geschocktheit. Ich hab nur noch zwei Schuss. Dann hab ich nur meine Bratpfanne. Okay. Was war das? Ja, dann gehen wir doch mal weiter, oder? Ja, komm hier. So, jetzt hab ich meine Bratpfanne. Komm hier, hier. Drecksecklich hin. Ups. Ups. Müssen wir hier ins Haus ran, aber es geht aus. Nix. Gibt's doch nix. Gibt's doch nix. Sehr heftig. Wo seid ihr? Ah, ja. Ah, ich werde geheilt. Das ist sehr nett. Dankeschön. So, aber hier ist, hier ist nix. Das heißt, wir müssen eigentlich auf die andere Seite. Oder... Ich lette mal hier hoch und nur... Wollen wir mal hier ein bisschen Einblick zu erhalten. Oder müssen wir da vielleicht in die Richtung? Ich will echt keine Ahnung wo langen müssen. So, komm da. Hohohoho. Ach Gott, der arme Francis. Wo ist denn der Große? Passt. Ich glaube, den haben sie erledigt. Okay. Also, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier in die Richtung, wo du gerade hinschaust, oder in die andere Richtung. Ja. Geh mal da. Wir müssen da hin, glaube ich, oder? Da zu dem Haus rein. Ja. Wir müssen da unten rein. Ja, wir müssen da unten rein. Ja, in meine Pfanne hier, du. Sau, du. Ja, da haben sie Angst. Ne, da haben sie Angst. Oh, eine Waffe. Ja, ich habe eine Waffe. Nur acht Schuss. Ich hoffe, dass... Das... Das... Das zählt nicht immer, die acht Schuss. Mensch, dass der immer fünf Stunden nachlädt. Ich nach fünf Schuss, was? Hä? Oh, nein, 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 nein. Oh, Luis liegt am Boden. Jetzt ist hier finster. Ich sehe gar nicht, wo die... Ach, da. Okay, aber ich kann nachladen. Das ist schon mal sehr wichtig. Jetzt gehe ich mal eben hier... Ach so, hier ist ja gar nichts mehr. Ah, ha, 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 ha. Ich komme auf. Ja, also ganz nach oben ist man. Ich bin auch, ja, ja. Und ich denke dann, hier durchs Fenster raus. Mhm. Ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite von dem Ding. Ich folge dir. Oh, hier ist so ein Dicker wieder. Oder in der ersten Saison. So ein Springer. Irgendwie. So ein Wasser. Guck ich auf. Oh, Gott, ich liegt am Boden. Komm, ich bin hier hoch, ich bin hier hoch. Oh. So, jetzt können wir da runterballern. Alter, wen zermetzeln die denn da gerade? Ja, wir müssen weiterlaufen irgendwie. Aber Francis und Luis liegen am Boden. Ja, ja, ich hoffe schon. Halt still. Okay, Luis ist anscheinend tot. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ja, komm, schieß. Okay. Das habe ich nicht mehr. Achtung. Oh, jetzt hast du aber auch rübe Soße unter dir. Meine Fresse. Oh, Gott. Ich habe mich nur zentriert. Ja. Ich hoffe, ich lebe noch so lange, als ich hier hochhalten kann. Ich werde übelst transandiert. Na, ich kann die nicht. Ich kann die nicht. Ja, ja, ja. Kann ich nicht. Au bei. Ja, ja, ja. Keine Sorge. Weißt du, was mich nirgert? Dankeschön. Wir müssen, äh, fü- ne, weißt du, laufen. Ich habe nur noch acht Leben. Wenn wir denn in den Entkolfen hätten, wären wir schon längst da hinten. Ja, oh Gott, freilich, jetzt kommst du doch dicker. Der hat mich untergeschmissen. Verdammt! Der hat mich, der hat mich von der Brücke geschmissen. Verdammt! Verdammt! Ich werde zerbrückt! Eieieieieieiei. Das war ein totaler Fehler, dass wir den nicht geholfen haben. Ja, wirklich. Scheiße. Das war auch jung. Super Landart. Das nervt mich jetzt, weil wir wären schon längst am Ende hin. Das nächste Mal lassen wir die einfach liegen. Ja, so blöd wie es klingt, aber... Ja. Taktische Shotgun. Aber die habe ich doch schon. Oder nicht? Zehn Schuss? Nö, doch. Wieso kann man die Brautpfanne nicht wegkuchen? Äh, wahrscheinlich... Achso, jetzt ist das gleiche Problem wie ich vorhin. Ich kann doch nicht... Normalerweise kann man doch sagen... Ach ja, jetzt. Ne, jetzt habe ich es ja wieder getauscht. Na gut, dann nehme ich halt die Brautpfanne. Ein sehr effektives Mittel, wenn man etwas beraten möchte. Jetzt habe ich wenigstens die Axt, okay. Ach Mensch, wird er jetzt das Ganze? Okay, mach mal. Okay, aber jetzt rennen wir ein bisschen mehr durch. Jetzt müssen wir ja ungefähr, wo wir langen müssen. Ich renne gleich weiter. Ja. Weil meistens ist hier wirklich der Schlüssel zum Erfolg, dass man rennt. Ja, ja. Das stimmt wirklich. Ah, jetzt bin ich untergefallen. Okay. 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 Jetzt müssen wir in die Richtung hier, oder? Wir sind durchs Haus durch, ja. Ja, genau. Durchs Häusle hier durch? Hey, hier gibt's Waffen, Leute! Bluthoff? Okay. Warte mal, ich schau mal grad, was ist da. Hallo? Bluthoff? Nimm. So. Nein, da wird die nicht genommen. Alter, nimm doch halt das scheiß Molotow-Cocktail. Okay. Das halt. Okay. Lalalalalala. Okay, dann hier weiter, ne? Okay. Genau. Wir rennen gleich durch. Ja, genau. Nicht übers Auto. Vorsicht! Vorsicht! Au! Das hört weh! Na, hier hat's nen Jockey auch mit drauf. Ich bin unter dem Haus. Ja. Das ist... Okay, passt der weg. Jetzt wird das Haus durch, ne? Genau. Jetzt bin ich wieder gefangen genommen. Mensch. Wo bist du denn da? Ach, Mensch. Ich bin hier gleich wieder tot. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ach, Mensch. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ach. Wir sind so schnell auf die andere Seite gekommen. Wo bin ich jetzt? Wie ich, wie, wie ich, äh... Hä? Huch! Autsch! Achso, man muss ja hinterher. War's vorbei. Ach, ich bin... Durchs Haus durch. Wie geht's dir? Danke. Mir geht's gut. Raum, steh auf! Wir müssen halt echt zusammenbleiben, ne? Irgendwie, weil so was Schatz ist. Danke. Nutzt besser mal euer Verdammtszeug. Ah! So. Okay. Wir müssen auch wieder was einsammeln im Haus, sonst, äh, hier, ne? Ja. Da ist nix mehr, okay. Da ist ein Verbandszeug. Okay. Okay. Da ist nix mehr, dann wieder die Treppe hoch, ne? Da war die Treppe hoch, hier, genau. Da ist nochmal ein Kanisterchen. Hier, geh mal direkt und... Nehmen wir mal, ja. Okay, oh, hier ist gerade keiner. Jetzt kommen da welche. Ich schmeiß da hin. Super, super, super. Jetzt muss bloß Rücken, Rückendeckung. Ja. Ich geh mal hier auf den... Öp! Ich hab so einen, so einen... Oh. Leck mich, Chris. Das war gut. Geh weg von dem Ding, ja. Ich hab mir so gemessen. Ah, ich hab grad... Achtung, da piept es, dann explodiert es gleich. Okay, komm. Jetzt kommt gerade der große wahrscheinlich wieder. Lauf zum Zug! Laufen, laufen, laufen. Gleich reinspringen. Ab in den Schutzraum. Ja, hier ist wirklich der Schutzraum. Okay. Ich hätt den Francis ja noch mitgenommen. Warte mal, ich mach auf. Vorsicht! Ne, kommt keiner. Ist ja wurscht. Die sind dann schon dabei. Du es! Nein, nein, nein! Was? Ja, aber die müssen doch... Ey, kommt die jetzt wirklich nicht? Die Gruppen müssen blöd, denk ich mal. Oh! Okay, Louis ist eh tot. Wahnsinn, gell? Aber das war gut mit dem hier Brandsatz und was, weiß ich, was du schon gesagt hast. Ja, das hätte der jetzt echt gut gezündet, ja. Gut, aber das weißt du jetztosclio.. Ich meine, wir spielen jetzt zum ersten Mal. Wenn du das Level 30mal spielst, dann weiß du auch gleich... Ah ja, da gibt's hier. was zum reinwerfen, weil da kommt direkt ein Gegnerhortel und dann weißt du auch direkt, dass man durchkommt. Dann machen wir Schluss. Ja, haben wir wieder einen Part geschafft. Jawohl. Und weiter geht's. Im nächsten Teil. Also bis dann. Ciao.